ich glaube das ist kaputt oder nicht gibt es auch den übelst geilen traitor raum noch geht eigentlich lasst uns einfach die andere das andere gebiet weg machen also hier dieses dieser tunnel hier der ist tabu wenn man dahinter geht auch nicht runter runter den keller runter ist okay aber kann einer von euch bitte gleich mal dem zack boom bitte die tsrp unter pass aufgeben ich bin ein echter country boi meint du sowas jungen richtig geil ich hab ich hab's eigentlich in der dinge da will man gleich square dance tanzen hier wer ist denn das hier aua hast du mal avenue hast du mal den hast du mal das hier gesehen was soll das bringen hier hier stehen so puppen alter aber das bringt gar nichts warte mal welchen den anderen bereich nach dem tunnel alter zähler was machst du da nichts warte ich kauf eben warte der andere boi ich bin als einziger dahinten gespawnt oder was ja dieser bereich diese scheune und alles aber ich bin angeschossen was zur hölle wer hat mich angeschossen hey wer schließt den zähler einfach an ja ich hab 16 p ja fuck hast du zähler wieder angeballert ja warte mal irgendeiner von euch hat zähler angeballert vielleicht war es ja auch chris ja vielleicht war es auch du peric ne ich weiß nicht ich war ja im haus ich bin auch in dem haus also du warst ja im haus ich war vor dem haus äh ja der fragt mich gerade ich gebe dir mal im dtsrp warte mal kurz ich muss mal kurz stehen der kauf peric ist im traitor menü warte doch ich kauf nicht okay fuhl hä wie du kaufst jetzt nicht aber du bist schuld insufficient permissions ich weiß wie es mir geht peric ha so ab gehts wo steht peric ich kiff im medshot was soll das denn hier ja ich hoffe es ist peric ja peric an ich bin derselbe scheiß alter ohne witz ey komm verzieh dich zähle das ist meine ecke ja user joined your channel moin na moin was ist das denn hier eigentlich hä alter ist das ne riesen kack wo ist denn der schüssel hier sag mal wer hat eigentlich auf cd geballert alter what the fuck holy shit was ist das denn oh die komm ich abholen die russen kommen oh mein gott oh mein gott nein ich bin's nicht ich hab selber damage bekommen du hast die beine reingeworfen nein ich hab selber damage bekommen safe call ja du wüsstest safe call nein mann ich bin's nicht ohne scheiß zähle war auch noch da nein aua alter ich alter ich boah ich liebe dich alter du du machst aber auch nix zähle außer wie die ganze zeit am sack zu kleben ey das ist gar nicht extra ich stand dreimal vor chris und wollte ihm gerade liefen und er so schön der geh aus meiner ecke raus und dann so weil du ja auch die zählen mir auf einmal ohne waffe irgendwie lang ja wisst du ich hab noch einen kuhn an mir vorbeigeflogen geworfen du hast es nicht gemerkt das war richtig schön mach die tür auf und drück mir direkt seine bellen ich hab aber auch nicht gesehen dass du das messer draußen hast er hat nur so ne komische position so ne haltung von dir ne war geil oder war geil oder wenn die truppe ist und dann schlitz ich wollte dasselbe scheiß abgehört du bist ja so ein schlingelchen ne 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 also also das was packs also ne 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 Der Tag sagt nix und dann sticht er dich ab mit seinem Du-Dom-E-Seil. Das ist mir richtig Munition, ey. Ich bin ein echter Country-Boy. Jungs, wo Mutti? Wer gammelt denn da oben auf dem Dach rum? Wer ist er? Äh, ich? Wer ist da? Wow, hier ist grad... ist hier grad einer gestorben. Ich glaub, Perrick ist, glaub ich, gerade draufgegangen. Hat er verdient. Wie sauf. Ich glaub, Claire's later. Ich glaub, Claire ist es. Ich glaub, schon Tau ist es. Wo stand denn dann? Das ist die Melone des Vertrauens. Ich bin ihr fucking Muni. Oder die Melone des Vertrauens. Melone des Vertrauens? Willst du nicht wissen, was wir mit Vertrauen haben? Hä, wurde denn hier geschossen? Das raue ich aber nicht, Claire. Nee, du hast jetzt ein dicker Eier, ne? Ich vertraue dir nicht. Scheiße, Melone. Weiß nicht, vertraust du meiner Melone? Ich hab äh, Claire gefunden. Ich hab's hier draußen so ganz geschmeidig auf der Straße zerlegt. Ich seh das schon mal nicht. Ich hab äh, Claire gefunden. Ich hab äh, Claire gefunden. Ich hab's hier draußen so ganz geschmeidig auf der Straße zerlegt. Ich hab's hier verarschen eigentlich, okay? Liebst du noch eine Chrisin draußen so und auf einmal stirbt da jemand? Komisch, ne? Ich bin sehr, sehr nicht Trader. Ich bin sehr, sehr nicht Trader. Ja, das ist Chris. Ja, das ist Chris. Boah, wo kommst du denn her? Ne, ich war doch auf dem Dach. Wow! Die Shots. Warte mal. Warte mal. Alter, ey. Alter, das war nur bei mir so laut. Nee, bei mir war's so laut. Der Peric schaut in meine Arme rein und dann nur so. Bei mir ist'n was da? Der zack, boom, mir hat's zerlegt. Der hat einen Durchblick. Der lässt sich auch nicht von Peric oder 10 oder so verarschen. Der knallt euch einfach ab. Na ja, gut. Also, ich mein, das war ja... Der war auch grad eben als Peric... Warte mal, als... Ja, aber warte mal, als ich mir die Bälle da rausgeholt hab. Ich dachte aber ihn und Zähle ab. Das war so gut, ey. Ich stand aber hinter Peric, das hätte auch nicht sein können. Also, mich wundert's übelst, dass er Zähle abgeknallt hat. Weil ich hab ja auch noch Zähle beschuldigt. Ja, aber Zähle... Du schießt ja da die Bälle. Das war ja obvious, was du da warst. Und Zähle hört, dass Peric die Bälle schießt und... Steht da neben dir rum und macht die Schuhe. Nur auf jeder Zeit steht da neben dir rum. Ja, aber was ist mit Zähle? Warum hast du Zähle gekillt? Mit Zähle, die nicht getötet hat. Ich hab ihn noch nicht mal mehr gesehen. Also, da schon... Ja, aber dann bin ich ja weggelaufen. Und dann bin ich den ja angelaufen. Aber nein, aber ja. Dann aber ja. Aber die Milone des Vertrauens war trotzdem schön klar, ne? Ja, die Milone des Vertrauens mit der Milone deiner Vernichtung. Ich bin ein echter Candy Call. Du hast richtig Spaß an dem Song, ich merke das. Vielleicht hab jetzt wieder Ohr. Der redet so wenig, da hat man direkt Angst. Äh, ich hab ihm auch nichts gesagt. Ja, du redest die ganze Zeit nicht. Chantau ist das Safe Call, der stand ganz übellang rum. Ne, ich hab grad Xio geschrieben, weil der wir... Ja, ja, ja. Knall mal Chantau ab. Warte mal. Wir haben da einen Aave-Schuss von irgendwoher. Die ist vorhin mir umgefallen. Wie er lachen muss. Wie er lachen muss. Ja, wie er noch lachen muss. Ja, weil ich glaube, er ist schon toll und lacht, weil es Zähne war. Da kam irgendwo... Avenue... Avenue! Der ist Türke, er hat ein Messer! Warte, ich hab kein Messer. Ah, Avenue, du hast kein Messer. Ah, Avenue, du hast kein Messer. Alter, ein Messer und ein Crossbow. Der fucking Türke, Alter. Ich glaub, Avenue hat Zähne vor mir, der wegkam. Warte, ich identifiziere ihn. Der hat halt keine Aave. Ne, ne, der hat halt keine Aave. Du hast nicht angehört. Avenue! Ah! Ja, ich glaube, er hatte einen Cross... Ja, ne, dann war's ein Crossbow, glaub ich. Ne, das war ein AWP. Das war ein Crossbow. Ja gut, dann war's halt Avenue auf jeden Fall nicht. Wo bist du, Chantau? Dir trau ich. Chantau steht auch mal am... Warte mal, ist das Chris oder Clur? Willst du join your channel? Clur, okay, Chris. Also, ich find keinen Weg aus dem Keller. Clur, okay. Warte mal, du findest kein... Okay, ja, das ist Clur. Mach's gut. Wo ist der Kleingang? Wo ist der... Clur ist es. Clur ist es. Safecall. Er sagt auch nichts mehr dazu. Er ist es. Also, in diesem Moment bin ich einfach sprachlos und möchte meiner Familie danken. Ich danke auch deiner Familie für das Messer in deinem Kopf. Zähne wollte auf mich schießen. Er hat auf einmal fällt sie vor mir um, ey. Was? Ey, ich hab's auch draußen geschafft. Wuuuuh. Ey, wenn der ist Kronik guckt. Scheiße, dass ich im Keller festgegangen hätte, ne? Aber einfach so. Oh, ich häng für die ganze Zeit im Keller fest, weil ich mich nicht rauskomme. Ja, fucking Rip Clur. Ja. Das ist... Unlucky, ey. Ist der Sakun wieder da? Ja. Ich bin wieder da, ja. Was passiert, Sakun? Äh, ich hab keine Ahnung. Du warst auf einmal racked da, ja. Auf einmal war alles aus. Was? Das ist der ganze Strom, oder was? Ja. What? Einfach weg. Einfach Internet für heute. Eine GSG1GH. Ja, genau. Nein, ich bin dann wieder... Oh, Alter, dieses Licht, ne? Das ist der ganze Krebs, ne? Ey, Rudi. Avenue, mach mal auf da. Alter, wie denn? Ja, musst du aufschießen. Ey! Äh, wer hat mich unten geschlossen? Ich glaub, da ist gerade jemand geschrauben. Farrick, bist du tot? Können Sie mir deine offizielle Stellungnahme dazu nehmen? Der ist tot und... Okay, ich denke, es ist Avenue. Und zähle. Au-zack-boom. Und cha-chao. Alles klar. Ja! Alter! Das ist aber auch ne Kumpel-Runde, ey. Farrick ist immer am Anfang tot. Wenn nicht, dann tut der mich, wow. Guck mal, Muni. Ich hab wieder keine Muni, ich weiß. Ich glaub dir. Scheiß-Kiss. WTF, wo seid denn ihr? Der guckt so komisch. Ja. Vertraue dir nicht, Chris. Ich will mal, ich... Was ist denn Perry gestorben? Ich will den finden. Werde über die uns Avenue abknallen, wenn ich den Kandidaten sehe. Ey, wie ist das denn? Avenue! Er hat deinen Namen geschrieben, bevor er gestorben ist. Äh? Wenn du... Hey, mein Name! Avenue! You're goddamn right! Ich vertraue Avenue, ich glaube, er ist nicht Kappa. Ne, ich bin echt nicht, wirklich. Ja, ich glaub dir! Ja, wirklich, ich bin's nicht. Oh, da war das, äh, CSGO-Krankheit. Die, 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 die... Alter, dieses Licht ist ja, Alter, für den Epileptiker, juhu! Ist das? Ja. Chantau? Warum bist du so nervös? Warum machst du... Was ist? Sonst, nee. Sonst bist du ganz gelassen. Das interessiert mich gar nicht. Ich interessiere mich jetzt gerade nur für dich, Chantau. Show me your booty! Oh. Da könnte ich auch sagen, Avenue und Chris haben dich gerade weggeweckt. Chantau! Die Autosniper ist echt scheiße. Einen Augenblick muss kurz nachladen. Wir wollen ja hier für Fairness-Song, stimmt's? Mr. Avenue. Okay. Ich komme! Nicht, du musst mich ja töten, tschüss. Als Prostpreis nehme ich mit diesen Käufer mit. Was? Entschuldigung! Vorsicht! Kopf einziehen! Vorsicht! Kopf einziehen! Chantau! Will dir nicht wehtun! Was ist denn der Mülltonne hier einfach? Das bist du Chantau! Müll! Mülltonne nach der ersten Kiste! Boah! Vitamine haben meinen Toten noch nie geschadet! Jetzt Feuer! Boah! Jetzt Feuer! Boah! Der Avenue. Das ist ESG! Der Übergang, was? ich helfe ihm noch das holz weg zu machen hier muss man direkt weg so hier gehen wir weg jetzt hatte der bildschirm gekostet auf einmal hinter mir auf ich bin ein mancher maps werde ich echt nie trage ich bin ein verlinter hallo wer ist das hier lass mal rein hier warum hast du schon bist du gerade nur so gerade ausgelaufen der avenue zündet da erstmal gas ich bin raus chris das können doch nur traiter warte hier ich will dir noch ein paar ich will dir noch die tür chips mitgeben hola was geht warum redest du nicht ist deine mom wieder da ich glaube ich schieße den kopf jetzt ich glaube ich schieße der wollte mich halt echt abstechen hat sich geschafft dieser dreckige hund also ein mieses schwein also viele leiter reicht nicht einmal rein zu ballern in die scheiß leiche ich muss noch mal reinstechen hier messer so wer war es jetzt noch wie ich eben fast noch geglaubt hätte ne warte mal zack bumm warum bist du es nicht da macht klö weg da macht klö weg alle verreckt sind da macht klö weg irgendwo gewesen wichser lässt er sich auch vor allem wie der den one shot jetzt der schanzer war die alte dreckstau wirklich du musst v drücken ja ne ich hab das besser im krisen nicht ja du wolltest wahrscheinlich wechseln und wenn du zu lange wartest mit dem mausrad dann wechselt der nicht mehr was ich konnte nicht mehr schreien ich wusste dass du es warst ich hab ab ich hab mich das gesehen ach die zähle hab ich gar nicht mitbekommen wie die zähle weggeflogen ist ja ich bin abgehoben ja ich hab da mitten rein die supernähle geworfen ne sie sind alle weggeflogen ich konnte ich so gut zu meiner mutter jetzt sagen ich muss was sagen und sie labert mir immer wieder rein warum dachtest du doch mal das mal sein still na perl du hast nicht beschwert alter ich hab grad nen Bomber im Mund ey das ist ja wirklich so äh sind deine Lieblingsbomber die saugen ja die salzigen die da jetzt wohl zum bluten bringen blablablablabla salzige Bomber alter salzige Bomber was hast du hier gemacht zack bumm inzern nicht ich erkunde die Map alter ich hebe ab ich hebe ab was hast du hier gemacht ich hab den Monitor kaputt geschossen was ist hier los überall ich hab keine Waffe ey hier liegt der Shotgun willst du die auf? ne geh mal weg mit der Shotgun du kannst nicht mal ey willst du mir nur über deinen Kopf schießen ey du Arsch hier gibt's übel viel Munizierter der Chantal darfst nix glauben was? äh der ist ne richtige Drecksau der Chantal äh wer spaziert denn hier hinter mir rum wer ist der ich weil ich gucke was du machst das ist chris steht hier so vor mir ach chris der alte Camper der ist immer der ist immer du wolltest am Camper ja weil du neben mich geschossen hast hier hinter dir ist einer pass auf alter Avenue warum kommst du so Midi hinter dir hinter dir fertig pass auf alter ich geh ins Haus kein bock auf euch ach so alle hier na ok auf mich wurde geschossen von hinten hinterm Haus wer ist denn dahinter? da ne ich bin im Haus ja dann im Haus was war das? alter das hat explodiert das war meine Ablenkung alter was geht da hinten ab? alter da geht da hinten ab wo denn? der zack boom warum bist du wundet? weil ich angeschossen wurde warum ist Theda wundet? warum ganz ehrlich irgendeiner schießt euch immer an Clur jetzt mal ernsthaft bist du das? jetzt mal ganz ehrlich Clur ja aber ganz ehrlich kann doch nicht sein dass jede Runde einer angeschossen wird und nie ist das einer ich glaub Clur war ich glaub Clur war du warst das bestimmt alter soll ich Clur weg machen dafür? ja ja das Clur war ich weiß nicht ich glaube Clur war's ja ich glaub auch Clur war's ich hab ihn weg gemacht ok ah der ist Inno gewesen ja wieso schießt der einfach auf euch alter trifft das Karma aua aber ich glaube nicht warum schießt der denn auf euch alter der ist wieder so richtig schießwütig unterwegs ja ja die Zeda die rennt guck mal der so komisch auf mich gehen ich renne immer an so du weißt ich kann immer kommen ja 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 der zieht nicht Zeda ja dann hier hier ist anscheinend was hochgegangen ja hier hier ist was hochgegangen ja hier da war eben Zedao drin oder? war hier nicht eben Zedao drin oder? hier? hier ist Zedao hier ist Zedao hier hier ist Zedao hier da lag dat Erik hä? zack boom ich hab Clur weg gemacht weil der auf dich geschossen hat du Lauch nicht seid ihr denn überhaupt? da sagt der zack boom ich wer dat wo sind Chantau und die ganzen anderen wo ist alle? zack boom lebt noch zack boom lebt noch er lebt noch ich lebe noch ich dachte die mich hier abknallen nur weil zack boom nix sagt ey wo sind denn die anderen fail bobs alter ich glaub hier gegenüber im Haus alter du kommst nicht zu man ich bin's ich hätte dich doch gerade in dem Haus einfach niedermähen können holy shit alter Zedao Zedao hast du grad auf mich geschossen du hast doch geschossen ich hab dich geschossen du hast geschossen alter alter warum schießt ihr alle auf mich man ne ich hab Schaden bekommen safe call ich hab 13 ne 17 HP verloren safe call die hat auf mich geschossen mit irgendwas ich bin wundet ja ok wer ist halt hier die hat auf irgendeinem mit irgendeinem fuck hat die auf mich geballert ich bin's nicht Chris ist es Chris ist es ich schieß auf ihn man ich hab keine money mehr fuck ich hab nur noch diegel der ist hinter dem haus wer schießt wer zieht die auf mich wer ist halt da oben hinterm haus ist der holy fuck alter evan you lebt noch evan you lebt noch oder hat der chris evan you dann Chantal oder Peric einer von euch ich bin's nicht ich hab auf chris gewollert kennt euch gegenseitig ja wo ist der ja äh es ist Peric ich bin's nicht ja es ist Peric Alter Peric ihr kauft euch das alle ab man oh ja sorry natürlich ey ohne Witz ja alter Junge es war wirklich gesessen wegen meinen Maulzeiten er war es fällt mir echt so schwer denn ich sehe Peric der ballert einfach mit irgendeinem hinterhergeworfenen Grund mich übern Haufen und dann sagen alle gut gemacht Peric doch nochmal so stehen hast du eh nur gebild ist egal lass mal nicht mal leben schieß ey ich glaub ich wär der einzige der sich einfach ummehnen würde wenn der einen Indoor töten würde ey ja ich hätt ihn einfach ummehnen so als er gesagt hat sie das schießt auf mich what the fuck ja vor allen Dingen ich steh mitten im Haus ich hab auf kein Schwein geschossen ey ja aber er hat wirklich Schadenmuck auf naja dann sorry ey warte mal irgendjemand hat dir auf zack boom geschossen ich glaub nicht ich hab's halt echt geglaubt dass du das warst weil du hast keinen Schadenmuck am Peric oder nö ich hab einfach nur scheiß gelaert oder ich will ihn abknallen dann würde jeder andere auf mich sofort losgehen das Problem ist der Avenue allein für den Avenue brauchst du immer ein Radar weil der Avenue immer kämmt Alter Peric geh weg ich brauch nur die Waffe ich hab die Waffe geholt geh da rein Zähle Peric zähle ich schwörs nicht ich knall dich schneller ab glaub mir ich höre Peric töten Indoperic das ist egal was du willst ich töte dich lass mich hier raus bitte hä du bist da selber hier in die Ecke gegangen Zähle ja wenn du hier Avenue gekillt so ich hab bei mir Inno stehen dann sind es Peric oder Zähle dann ist es Peric echt wenn es nicht gut das ist natürlich jetzt Alter was ist das ich verarschen? wollt mich gar nicht verarschen? wow ich hab gesagt ich töte Peric wenn der nochmal an Inno geht Alter Safe Call es ist oh manee es ist oh manee oh manee es ist das dümmlich so bad Alter ich hab ich hab's aber gesaved Quote ich lass dich damit nicht durchgehen ich hab halt einfach zuge- wie Avenue stirbt ey vor allem und dann war ich Proven nice du tust ja alles vorhast so viel Karma Chris schießt ja auch noch auf mich ne Chris hat's deswegen war Chris für die zweite Tage du machst jetzt hier einen auf Rambo und wickst einfach einen ne ich hab das ja grad noch gecallt nachdem Evan Yu einfach in dem Haus unten drin stand und einfach mitten einem vom Platz gesnipet hat ja RIPP Karma also diese Runde mach ich wenig haben richtig DANCEN Style ja da klar es war ne 50-50 Chance ey ja 870 Karma ja dann hol ich diese Runde wieder raus wenn ich zwei Täter töte ja willst du selber töten oder was? du bist Traitor ja ich bin leider Inno Leute ich komm gleich wieder und also ich bin gleich ich bin woanders gestorben ohne wird einer von euch beiden Traitor legt mich gleich um ey ich hör ich krieg's auch schon ey ihr Säue ey der Tumma Traitor warte spüre die mach mal Kroba prügel dich mit der Kroba zu Brei du Sacknase was Sacknase? Nasensack Sacknase? Wixen und mehr Sacknase? ich guck mal das ist Avenue ich guck mal das ist Avenue blablablablabla ja evanest raus will ich nicht ne du Traitor jetzt kriegst du es ich will dass du mich ich will dass du mich wegmähst du bist es doch du bist es doch safe call warte mal ja kann man du bist doch kein Traitor oder? nee ich wollte dich einen Weg stellen Leute sag wo muss es du hast du nicht warte warte ich guck mal das ist zwanes find in der Fizie jetzt nicht bei Avenue ja vack alter sag wo warum bist du so tot sag wo es ist wer ist im Haus drin what the fack welches Haus denn da der hinter dir achso ja nie okay das 8 die Oh lol. What the hell? Ey, Avenue? Ja, Finn. Ach so, er war es wirklich. Oh lol. Ach nee, weißt du nicht. Wer lebt denn jetzt noch? Ja. Ja? Nein, er hat gerade in dem Haus da hingehauen. Dann ist Schontau. Ja, Schontau ist es. Geh weg von mir, ich knall dich auf. Ich bin's nicht, Alter. Schontau, komm runter von dein Ponyhaus, Alter. Ja. Ja. Avenue? Ja. Ja, dann. Irgendwas brennt hier am ehemal Der wär bald derjenige für den Melonen weg Ich Aua Nein Alter Boah tschüss alter Der ölste Babo alter Junge 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 Ich hab ja so nasser Sack den du da so herreibst ey Waterboy op Waterboy 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 Nur noch ein